Hier bei... wo ist es noch? Ja Ich warte hier Schade ich habe mir ein bisschen mehr erhofft hier oben Hm? Wie ist du? Na hier oben Ja, ich verstehe Ja Aber hier oben ist eine Wolke Da ist aber nichts Ich habe ja wegen dem Erzmaier hoch gebaut, wirst du Du hast ganz schön Schaden Eie Krass, danke Die Nacht ist gerade los? Ja Kann ich loslegen? Kann ich ja Scheiße, ich kriege alle Ich habe zwar kaum noch Waffen sehe ich gerade Schwerter und Ah klar Geil Wie viel machst du Schaden? 26? 26 Ich habe gerade 42 gemacht Ich habe gerade Ich habe gerade Ich habe gerade Oh 44 Oh nein, jetzt habe ich keine Pfeile mehr Ach fuck Ich bin gleich wieder da Und Senkrecht Ja Ach guck mal wie schnell sie schon geht Kann ich das nochmal machen Ja Ah, wie viel hat er noch? Ach, 200. Das ist ein Witz. Ich brauche, oh, du hast Pfeile aufgesammelt, die würde ich sehr gerne nehmen. Ja, da gibst du sofort. Sehr geil. Ich habe echt nichts mehr. Ja, ich muss noch mal was kaufen. Fight. Da ist wieder nichts dran. Klar. Herz? Ja, hier auch. Achso, wollen wir nicht noch kleiner das nächste umhauen bevor. Achso. Achso. Dacht ich mir. Sehr geil. Ja, wo ist er denn? Der Lutscher. Sehr geil. Ja, jetzt hast du da aber eine ultimative Waffe. Ja, jetzt nimmst du viel. Du musst doch. Ich meine, na, also das, was hier Fernkampf ist schon geil. Ja, ne, wir brauchen ja. Ja, stimmt. Fernkampf ist geil, aber mir fehlt es halt echt an Pfeilen. Ey, wir haben den gleich wieder tot. Ja. Wahnsinn. Alter. Oh, ich bin ja auch fast tot. Jawoll. Oh, jetzt habe ich das mit der Erz einsammeln. Ich schwerf dir es zu. Ich schwerf dir es zu. So. Das wird jetzt eine schöne Ausbeute. Auf jeden Fall. Bringt, denke ich, bei jedem Sinne. In ganz Fall. Wenn ich bitte zacken? Ja. Oh, da freue ich mich. Das wird geil. Ich freue mich so sehr. Na? Gut, na. Dann muss ich erstmal mein Schwein holen. Hörst du das? Ja, da hörst du es. 43 haben wir im Pest. Geil. Oh, Schwein. Besteige die Frau. Ja. Danke dir. Uff. Der Alte verteid ich wieder meine Hütte. Wie man es so von Frauen erwartet, ne? So. Und? Können wir es uns leisten? Ja. NICHT. Und? NICHT. Und? NICHT. Inne. Geil. Da braucht du rein was. Ja, jetzt. Hab ich. Dann wahrscheinlich genug Born. Ah, ne. Ich kann mir es inne leisten. 30 Born. 30? Hab ich, ja. Ja. Ach du hast 30. Ja. Ja. Geht mal her. Gib mal noch welche her. Ich prüfe, ob es dann geht. Warte mal. 16. Ähm. Wo bist du? Na dort. Ein Foto. Ich hatte 23. Ja, okay. Oder weh. Ja, brauchen wir. Dann gib mal die Born zurück. Ich geh mal zum Guide. Jo. Haben wir eigentlich noch die Möglichkeit nochmal so ein Auge? Oder haben wir jetzt nichts mehr? Ja, leider nicht. Aber da bräuchten wir ja, ich glaube, N-Lins hat sie vorhin gesagt. N-Lins hat sie vorhin gesagt. Ja, ne. Die hab ich jetzt schon wieder. Und zwar die Spitzhacke, die kost... Ach du Scheiße. Schattenschuppen. Brauchen wir dafür. Noch. 12 Dämonit-Bahnen, also Bahnen haben wir genug. Und noch die Schattenschuppen. Ja. Ich hab auch keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Die brauchen wir aber für die Ristung. Hä? Ach. Was wollen wir die herkriegen? Von den großen Wurm? Denk ich mal. Der hat er schippen. Oder? Guckst du gerade? Hm. Verrückt. Schattenschuppen. Guck mal, ob er weint, wo ich hier Pfeile herbekomme. Hast du Pfeile für mich? Nein. Der Opa hat Pfeile, glaube ich. Ja. Fünf Kupfer, ey. Das ist doch Wucher. Die dürfen wir uns wohnen. Kann man schon mal Fahrt zu müssen? Was? Ich hole einfach neue Werkzeuge und die Schuppen. Die einzige Möglichkeit, an Schuppen zu kommen, ist das Weltenfresser zu besuchen. Ja, das ist der Riesenwurm. Ja, hier der Körperteil des Weltenfressers. Kann man nicht lassen. Ne, dann haben wir doch jetzt ein Ziel. Hier. Na gut, da lege ich erstmal meine Barren ab. Aber guck mal, da haben wir ja schon mal genug Bachen. Für die. Ja. Ich habe aber absolut keine Ahnung mehr, wie der Weltenfresser. Ähm, muss drei. Ähm, wir wollen... ... mit... ... Turbfutter. ... und direkt beschwören. Ja, oder? Ach, die drei Kugeln explodieren lassen. Drei Kugeln, genau. Ja, da brauchen wir Dynamit genügend. Ja. Kugeln habe ich ja gesehen, Dynamit habe ich ein. Vielleicht geht es nur mit den Bomben. Ja, wir müssen... ... und dann bin ich. Okay, Dynamit. Dynamit kannst du hier vorne kaufen, bei den... ... Zwerg... Ah, ich bin mal in meine Kiste. In seine Schwarz-Kinder. Kostet... ... 20 Silber. Na gut, da kann ich mir noch... ... das kann ich mir leisten. Kann ich mir gleich noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und... Ne, noch eins. Kann ich mir nicht leisten. Geil, komm, das machen wir jetzt auch noch, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt auch noch, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt auch noch, oder? Ja. Ja. Brauche ich nicht, ich habe ein Schwein. Ne, weißt du was ich jetzt mache? Ich stöne in dem Schwein... ... durch meine Barren rein. Ja. 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 Ja, ja. Ja, das funktioniert nicht so. Dann... Ja. Ja. Ja, ich. so Schnee Ah ne Wolke Ich hab das Dynamik von wem? Ja ne der Atletner atlende scheißer 8 locker das haben wir hier hin das haben wir weg weg verterbtes Wormloch was das jetzt noch her ach so das ist Wort 1 ich bin so eine wunderschöne Prinzessin guck dir meinen Schwein an ach du hast ja früher mal den fliegenden Teppich da war zu geil oder bei der rechts sind ja diese Sanddings ich denke mal die gibt es denn du musst jedes Mal sagen wenn du meinen Schwein gesehen hast hab's gesehen sehe ich es wieder so mal sehen ob es jetzt auch siehst ja wahnsinnig tolles Spiel ach so ich habe mir übrigens jetzt 999 Pfeile gekurft ich denke das reicht erstmal oh dein Schwert kommt gerade angeflogen ey jetzt ist es sogar ein Schneesturm das sieht ja mal episch aus ich warte mal her auf dich das sieht das nicht geil aus du bist ganz voll gescheit du hast das leid an obwohl ich das wohl her hab ja jetzt haben wir noch ja aber waren wir hier runter oder weißt du wo wir runter sind doch hier müssen wir runter ach so gut ja warte mal sind hier denn solche Kugeln oder hast du jetzt noch ja sind hier Kugeln das sind Kugeln so ich fang mal an bombe na ja nee ist du hier jo läuft den Weg frei sprengen du musst die erste Kugel aktivieren du dann die zweite kaputt schlagen halt da gehen wir nicht auf den Sack im Moment ich hab kurz hier kleine Unschlimmigkeiten ich hab mal Erfolg gekriegt und geil geil ach ja du hast mir sogar noch Hochzeitsschleuer gegeben ich hab was bekommen was auf ich bin weiter oben ach schon oh cool warte kannst du unten bleiben ok ich bleib warte ich zeichne mal was ich hab ich hab ein Gewehr ach ja stimmt das macht Schaden da weg da weg so nach hinten ist ja da kannst du dir das Dynamit reinlegen was du eine Dynamit Auffangstelle ja ohne mein Schwein gehe ich nirgends wohin ist auch schon ein ganz aufgeregtes Schwein, hast du gemerkt? das Schwein ist schwingend ach wie geil Sprengmeister Eikomo Sprengung oh gut oh 34 hab ich abgezogen Und den zugenannten Sprengtrichter vorbereiten. Bist schon so ein Sprengtrichter? Achtung, Sprengeln. Achtung, Sprengeln. Ich brauche unbedingt noch solche Mumpeln. Du weißt noch nicht, wo ich die herkriege auch. Sprengeln. 34 zieht es ab. Achtung, Sprengeln. Ich kann schon wirklich Sprengmeister machen. So, jetzt kannst du wegkloppen. Was hast du denn? Mit dem Hammer. Hab ich nicht. Ich gebe dir das, was rauskommt. Und zwar ein Schmerzball. Schmerzball? Ich schätze mal, der verursacht Schmerzen. Warte, ich gebe dir das gleich. Geil. Sehr geil. Ja, so. So, und wo ist denn die nächste Kugel? Die nächste Kugel ist, ähm, Ich muss jetzt hier hoch. Ja. Dann nach links. So, wie lang mein Ding ist. Hm. Ich muss echt aufpassen. Wie lang mein Ding ist. Guck mal, wie lang mein Ding ist, ja. Ja, das finden wir falsch verstehen. Ach, Quatsch. Mann, geht man nicht auf die Ketten. Ich kriege auch gerade... Puh. Soll ich es noch nicht sagen, oder? Ja, nee, ist noch gerade ein bisschen Bedrohung. Bedrohung. Und. Ähm, die scheiß Springer halt. Scheiß, Dreck. Schlange, Rotzwurm, Spaß. Tja, wenn es nicht anders geht, muss man sich so helfen. Oh, du springst schon wieder. Ja. Springen. Bist du beim nächsten Laie runter? Ja, nee, beim übernächsten. Wohl, nehm, kriege den Deckel drauf jetzt. Ja. Okay. Ein Schneesturm hier oben, ne. Ein Sauwetter. Das war. Das haben sie aber nicht gemeldet. Sprengmeister. Ich bin bereit. Für den Kampf. Auch wenn es hier ziemlich eng... Oh, ob wir das... Ach, doch. Das machen wir schon. Ach so. Oh, geht, geht los. Weltfresser ist erwachtbar. Ach, da kann er auch nichts mehr. Guck mal. Ich hab mal viel gänzcht, ja? Du schießt scheiße. Doch. Ach, den machen wir locker platt. Junge. Ich hab' nicht. Fuck. Guck mal, den haben wir schon ganz schön zerteilt. Alter, jetzt steh ich scheiße. Ich kann's ja aus der mistlichen Lage rauskommen. Hier ist gut. Schade, ich hab die echt viel stärker in der Erinnerung. Oh, die, ja, irgendwie. Ja, aber ich sag mal so, wir sind in der Durchshow schon nicht schlecht ausgerüstet. Muss man dazu... Wird wieder wegschlazen. Jawoll. So, komm, zurück. Ich hab noch Bock hier, zum folgenden Ende und zur Aufnahmeende hier noch die Spitzhacke zu bauen. Ich werfe da mal alles hin. Also, die Schatten schuppen und das... Boah, 81. Erz hab' ich alleine. Das wird was Schönes. Puh, 49. Na, sind wir doch bald durch. Vielen Dank. Und jetzt, äh, gehen wir. Danke, der 16 Stück. Das kann man schon was mit anfangen. Ich hab schon noch eins, äh. Auch mit den Schippen. Dann gibt's genug so. Ja, perfekt. Hab' jetzt einen Spitzhacke. Hast du jetzt einen Spitzhacke? Ja. Ah, bis ganz Hörner Scroll. Ja. Spitzhacke. Spitzhacke. Oh, bis ganz Ernerscoll, ne? Ja. Femicht. so wo ist denn die geile sau hier Albtraum Spitzhacke klingt erst mal du hast so eine Muskete ne ich hab jetzt auch eine Muskete ja brauchst du bei ihm noch was wie wie gut ist deine ich hab deine Fachschaden äh die macht 31 Fernkampfschaden brauchst du nicht schon gut was brauchst du nicht ne ne reiche ich denke das war eine manchmal bessere Soße aha eben gehen wir doch ich hab jetzt eine Rüstung von 16 das sieht zwar aus wie so ein Caspar aber der ist größer ich hab mir noch einen Helm gekauft Dämonit weil ich geil bin weil ich geil bin weil ich einfach geil bin ne muss man schon mal so sagen ja aber muss ich sagen da haben wir doch reichlich geschafft junger Mann junger Mann ich hab mir noch mal so viel ach jo ich hab noch meine Hermes Stiefel die sind positiv verzaubert die machen bloß 4 Abwehr die die von juli wundervoll da ist ich würde aber sagen wir beenden jetzt erstmal die Aufnahme ne ja dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.